Selina, wie lange arbeitest du denn schon für die Diakonie? Ich arbeite für die Diakonie jetzt schon zehn Jahre. Ich mache auch nebenbei im Altenunheim gewisse andere Sachen, was zu machen ist. Für welche Zeiten im Jahr braucht es denn besonders viel Schokolade? Wann ist denn besonders viel los? Das ist für Weihnachten und ist am meisten los und für Ostern. Und macht dir die Arbeit Spaß? Ja. Frohe Weihnachten! Ja. Bis zum nächsten Mal.